Seit einigen Tagen ist es keine Seltenheit mehr, dass man in Güstrow Kameraleuten begegnet. Achtung Aufnahme, Ruhe bitte! Diese lauten Rufe gehören ebenfalls dazu. Am vergangenen Mittwoch halten diese jedenfalls immer wieder in der Nähe der Skaterbahn an der Bleiche nach. Kein Wunder, denn seit dem 15. November wird in Güstrow ein NDR Fernsehdrama gedreht. Der Sohn, so der Titel. Nino Bölau, ein 17-jähriger Münchner Junge, spielt diesen Sohn. Filmmutter ist Mina Tander. Urs Egger ist Regisseur, der das große Ganze im Blick hat. Immer und immer wieder wird die Szene gedreht, bis sie schließlich aus verschiedenen Perspektiven im Kasten ist. Erst dann wird weitergezogen zum nächsten Drehort. Gut 20 Männer und Frauen haben hier zu tun, sind für Ton, Licht und für den komplikationsfreien Ablauf zuständig. Eine weitere Crew ist am zweiten Drehort unterwegs. Am Mittwoch wurde beispielsweise auch in der kleinen Waldstraße oder dann spätabends auf dem Pferdemarkt gedreht. Eine wichtige Filmkulisse war auch ein extra dafür eingerichteter Friseursalon auf dem Marktplatz. Dort arbeitet in der erzählten Geschichte nämlich die Hauptdarstellerin des Filmes, Mina Tander. Noch gut eine Woche sollen die Dreharbeiten in der Kleinstadt Güstrow andauern, die der Regisseur als optimales Set bezeichnet. Es sei genau solch eine norddeutsche Kleinstadt, wie sie vom Filmteam gesucht wurde. Wann genau die dramatische Familiengeschichte mit kriminalistischem Hintergrund dann in der ARD zu sehen sein wird, ist noch nicht sicher. Aber in jedem Fall soll es ein Mittwochabend sein. Und dann werden auch einige Güstrow als Komparsen zu sehen sein. Und ganz sicher werden die Güstrower so manche Ecke Güstrows wiedererkennen, wenn der Film über die Bildschirme flimmert. Und dann werden die Bildschirme flimmert.